Der BMW 330e verbindet Fahrdynamik und Effizienz in einer neuen Dimension. Hinterradantrieb und neutrale Achslastverteilung bringen ein höchstmaß an Fahrdynamik. Die begeisternde Fahrleistung kommt in Kombination aus Verbrennungsmotor, Twin-Power-Duo-Technologie plus Elektromotor zum Einsatz. Zusätzlich hat der Kunde die Möglichkeit, rein elektrisch bis zu 40 km zu bewältigen und kann somit unter der Woche sein Regelprofil rein elektrisch fahren. Im neuen BMW 330e gibt es keine Einschränkung im Alltagsnutzen und man hat das gewohnte Raumgefühl wie bei einer normalen 3er-Limousine. Durch eine geschickte Integration der Hochvoltbatterie unter dem Ladeboden bleibt das primäre Gepäckraumvolumen vollständig erhalten und der Kunde kann zusätzlich durch die optional erhältliche dreiteilige Rücksitzlehne seinen Stauraum erweitern wie bei jedem konventionellen 3er. Das Fahrerlebnis des BMW 330e entspricht dem eines wesentlich größeren Verbrennungsmotors. Die Leistungsentfaltung geht tendenziell in Richtung 340i, eine souveräne Drehmomentfülle, speziell für die Autobahn sehr angenehm und souverän zu fahren und ich kann innerorts auch rein elektrisch meine Fahranteile bewältigen. Der 330e ist auch unter Kostengesichtspunkten ein sehr interessantes Fahrzeug für den typischen Berufspendler, der täglich seine Wegstrecke rein elektrisch bewältigen kann. Das heißt, er hat zu Hause die Möglichkeit und in der Arbeit die Möglichkeit aufzuladen mit einer handelsüblichen Haushaltssteckdose und kann dadurch seinen Kraftstoffverbrauch unter der Woche gewaltig reduzieren und hat am Wochenende über den Hybridantrieb eine uneingeschränkte Reisetauglichkeit. Bezüglich Preistellung gibt es keinen signifikanten BMW Hybridaufschlag. Das Fahrzeug ist ausstattungsbereinigt auf dem Niveau eines konventionellen angetriebenen 330i mit selber Leistung. Wir bieten für jeden Kunden das ideale Antriebskonzept. Der BMW i3 ist für Kunden angedacht, die ein reines Elektrofahrzeug suchen für den Einsatz in urbanen Ballungsgebieten, die sich auch noch optisch differenzieren möchten. Der BMW 330e ist für Kunden angedacht, die die typische Pendelstrecke rein elektrisch bewältigen möchte ohne Verzicht auf Langstreckentauglichkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017